hey leute mal wieder willkommen zu einer runde minecraft und zwar trapsg auf dem revinside.tv server für die die nicht wissen was trapsg ist trapsg ist einfach normales sg nur dass manche kisten halt eben noch effekte auslösen durch die eine kiste gerade einfach ein eisenschwert bekommen habe quasi wie lucky sg das sollte euch wahrscheinlich mehr leuten was sagen es ist gerade ein bisschen laut wir spielen auch auf der map momentan das sollte wahrscheinlich den meisten was sagen kommt schon den holen wir uns jetzt einfach mal mal davon ist wer wussten wir den stellen aus dass wir zum beispiel auch ein gift regen das ist recht interessant dann wird man vergiftet wenn man einfach so im regen steht beziehungsweise wenn man guckt sieht man dass hier einfach es blech portions auftauchen die einen halt eben gerne mal treffen ich gehe einfach mal ins haus da oben ist auch wer zwei was zu essen runter den auch noch runter in die zeile und ja nice eine diahose wir haben eine flachwitz kiste geöffnet was ist dick und steht am kopierer ein praktisch hand ja komm den kriegen wir nice so worüber ich heute mit euch sprechen wollte ich wollte euch erzählen was ich mir für die uploads auf dem kanal überlegt habe und zwar sollten ab sofort jeden tag noch ein minecraft oder league of legends video kommen das video heute kommt wahrscheinlich irgendwie gegen acht und ab morgen werden die league of legends und minecraft videos dann immer um 18 uhr kommen zusätzlich werde ich dann wahrscheinlich bald noch mit einem half life 1 let's play anfangen das wird dann das wird dann wahrscheinlich 13 uhr kommen und wenn ich dann sonst mal noch so videos nebenbei extra mache kommen die dann um 20 uhr zum beispiel info videos und und hat ja fast schon das war ja fast schon schlecht so ich brauche noch ein bisschen mehr beziehungsweise ich könnte noch ein bisschen mehr Eisenrüstung gebrauchen gucken wir mal der ist da oben hoppla gehen wir den mal hinterher das ist ja anstrengend hier die treppe hoch zu gehen ähm es wäre schön wenn ihr mir ein paar ein bisschen kritik über die qualität da lässt als ob die qualität so gut ist oder ich habe den chaos in den augen verloren gehen wir mal hier rein ne ne ein pferd aber das kann ich das ist jetzt wirklich unbedingt das praktischste aber weil er mit dem pferd nicht durch die tür durchkommt oh das dm beginnt ja schon gehen wir mal hier rüber die sind nicht nur zu dritt das ist dann nicht so toll holen wir direkt den tauschen auf 3x generation zack warum ich das eigentlich so den hätte ich nicht wegwerfen sollen den habe ich ja noch kommen sehen das war dann die runde Trap SG ich weiß nicht wie lange sie war aber naja ich hoffe euch hat es gefallen lasst doch mal ein kommentar like oder abo da bis zum nächsten mal ciao ciao